Ich möchte erstmal unser Modell kurz vorstellen. Frauke hat sich zur Verfügung gestellt und will jetzt mit unserem Selbstbräuner arbeiten. Das heißt, sie gibt ein klein wenig von der Flüssigkeit auf den Applikator und verteilt es gleichmäßig. Sie sehen hier, sofort ist eine Tönung sichtbar. Denn durch Walnuss- und Kastanienextrakte ist schon direkt beim Auftragen etwas Farbe auf der Haut. Besonders zu beachten ist, dass man die Knie ein klein wenig ausspart, die Fersen auch zwischen den Zehen, weil diese Stellen in der Regel etwas stärker verhornt sind und der Bräunungsprozess hier dann stärker sichtbar werden würde. Einfach und unkompliziert lässt sich die Lotion Bronze Express auf die Haut auftragen, auf dem ganzen Körper. Auch hier beginnt Frauke am Oberschenkel und trägt die Lotion in streichenden Bewegungen einfach auf die Haut auf. Man sieht sofort eine ganz leichte Tönung. Das ist aber noch längst nicht alles, denn das Maximum an Farbe wird in etwa sechs Stunden erreicht sein. Während der ersten zwei bis drei Stunden sollte man möglichst nicht duschen oder baden. Danach ist es wasch- und wischfest. Sie können aber jederzeit sich dann schon ankleiden. Nur bitte sollten Sie für diese sechs Stunden dunkle Kleidung wählen, denn auch auf der Kleidung kann sich das natürlich zeigen. Ist kein Problem, lässt sich unkompliziert und einfach auswaschen, aber es ist doch bequemer. Man trägt dann gleich in dieser Zeit dunkle Wäsche. Wenn Sie es im Gesicht auftragen, sollten Sie bitte darauf achten, dass Sie den Haaransatz und die Augenbrauen aussparen, denn auch hier würde sich das Selbstbräunungskonzept ein bisschen stärken.